Ja moin, Chris hier und willkommen zu einem weiteren Info-Video. Mit dabei ist mal der Marv und der Tim, die leisten mir heute Gesellschaft. Und wie ihr im Hintergrund schon seht's auf jeden Fall, wir werden den eigenen Arc-Cluster-Server machen, sag ich mal, weil auf Wildfire, naja. Sagen wir so, wenn Leute Admins nicht auf Anhören, passieren ziemlich dumme Sachen. So, auf jeden Fall seht's jetzt im Hintergrund mal das Info-Plot. Ihr werdet alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Bitte lest euch das alles genau durch, weil da steht ziemlich viel drinnen. Mods und so weiter, die vier Mods haben wir drauf, Bauregeln. Alles bitte ganz genau durchlesen, wenn ihr mitspielen wollt. Und das Wichtigste, es wären drei Server. Island, Center und Squatch-Durf. Wenn der Server von der Spielerzahl sehr gut läuft, sag ich mal, werden wir beim nächsten Mal noch einen Root-Server dazuholen, nur für Ragnarok. Kommen wir nochmal kurz zum Server, das ist ein Linux-Server mit ziemlich krassen Einstellungen. Ein i7 und so, RAM ziemlich hoch, ne geile Festplatte und das ist ein Linux-Server auf jeden Fall. Und ihr könnt auf jeden Fall in den Comis ein paar Kommentare hinschreiben und dem Marv danken, sag ich mal. Weil der hat den ganzen Server aufgesetzt. Ja, ich bin erstmal ein bisschen aufgekommen. Aber... Alter, what the fuck? Ich bin einfach auf unseren anderen TS und da redet er in den Hintergrund. Alter. Wo waren wir stehen geblieben? Auf jeden Fall, der Server läuft komplett automatisiert. Der zieht jedes Update von allein, der macht jede halbe Stunde ein Backup. Die ganzen Purge- und Raid-Zeiten, die unten beschrieben sind, das ist alles komplett automatisiert. Um 18 Uhr fährt er selber runter, startet neu mit den Purge-Zeiten, dass halt die Orb aus ist und so weiter. Lest euch alles durch, aber die Basic-Settings sind Farmen mal 6, Tamen mal 6, XP mal 3 und so weiter. Breeding mal 20. Und was auch noch besser gemacht ist natürlich das Breeding-Intervall. Das ist auf... Alle 45 Minuten kann man einmal imprinten. Das heißt, Impede zum Beispiel zweimal imprinten, ist er auf 100% easy. Und Rex zum Beispiel kann man 5 Mal imprinten und da hat man auch dazwischen ein bisschen Zeit. Also wenn man mal eine Viertelstunde oder so verschläft, kommt er trotzdem auf 100% und so ein Scheiß. Und ja. Auf jeden Fall Discord-Link, Steam-Link. Dreht jetzt bei. Macht den Server bitte voll am Freitag, damit wir schön Spaß haben können. Und ja. Nochmal für den Marv-Klatschen, der den ganzen Server eingestellt hat. Und noch ein extra Dank an den Atomic, weil er hat den Server bezahlt. Okay, dann sieht man sich am Freitag um 18 Uhr. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.